Ein Weiser oder ein Narr Eine Person sagte mir, du hast bestimmt viel Weisheit erlangt und hast es nicht mehr nötig, so viel danach zu suchen, oder? Ich antwortete ihr gerne mit den Worten von Seneca. Er sagte, wer Weisheit sucht, ist ein Weiser. Wer glaubt, sie gefunden zu haben, ist ein Narr. Und wenn es so ist, dann brauche ich doch eine Ressource, die unerschöpflich und für mich als Mensch auch erreichbar ist. Und diese Ressource habe ich für mich entdeckt. Ich habe für mich einen besonderen Zugriff auf himmlische Ressourcen für Weisheit entdeckt. In Jakobus 1, Vers 5 Das ist die erste und aus meiner Sicht die wichtigste Entscheidung und der wichtigste Schritt dazu. Zweitens Dann fragte ich mich, in welchen Bereichen brauche ich besonders viel Weisheit? Oh, liebe Freunde, es gibt so viele, eine Menge Bereiche in meinem Leben, wo ich Weisheit brauche. Aber ich habe jetzt zwei für mich, hier ist rausgenommen, gehe weise mit deiner Anziehungskraft um. So, man kann einen Menschen so mit einem Magneten vergleichen. Wir ziehen sowohl Menschen als auch Umstände an, und zwar entsprechend unseres Denkens über uns und unser Leben. Wir können unser Denken während unseres ganzes Lebens neu umgestalten. Wie geht das denn? Indem ich anfange, mir Fragen zu stellen. Wieso habe ich überhaupt diese Meinung? Woher habe ich sie? Was oder wer hat mich dazu veranlasst, so zu denken? Ist es meins? Gibt es auch eine andere Wahrheit außerhalb meiner eigenen Wahrheit? Es wäre doch hilfreich, wenn wir uns selbst Weise ausgeben würden, wieso reagiere ich so, wie ich reagiere überhaupt. Ein weiser Rat eines Vaters zu seinem Sohn aus Sprüche 4, Vers 11 und 12. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Wenn du auf diesen Weg gehst, wird dich nichts aufhalten und du wirst nicht stolpern, doch stürzen. Zweitens, gehe weise mit deinen Schattenseiten um. Wer nicht bereit ist zuzugeben, dass er Schattenseiten hat, kann er sie auch nicht kennenlernen. Demzufolge weiß er auch nicht, was ihn ergänzt. Wie soll ich mich auf die Suche machen, wenn ich keine Idee habe, wer ich bin und was ich noch benötige und brauche? Liebe Freunde, wer seine Grenzen kennt, der kann sie auch überwinden. Wer sie nicht kennt, kann auch nichts überwinden. Wie können meine Schattenseiten aussehen? Ich habe für mich geschrieben, zum Beispiel schwarz-weiß denken. Solche Menschen übersehen, dass es noch andere Farben im Leben gibt. Die Welt ist wirklich bunter und schöner, als schwarz-weiß zu denken. Es gibt auch entweder-oder-denken. Es gibt sowohl als auch, nicht nur entweder-oder. Es gibt auch Alternativen. Es gibt Menschen, die sagen, es ist alternativlos. So etwas gibt es nicht alternativlos. Es gibt auch Alternativen. Der alternativlose Blick übersieht die Doppelspur und Dualität, die wir in unserem Leben immer wieder brauchen. Denn sowohl Lachen und auch Weinen gehört zum Leben dazu. Oder religiöse Engstirnigkeit. Es gibt auch Erkenntnis im Leben außerhalb unserer Vorstellung. Was ich als Mensch verstanden und erkannt zu haben glaube, können nur meine Erklärungsmodelle und Annahmen sein und nicht die Wirklichkeit. Ich kann meine Schattenseiten nutzbar machen, anstatt sie zu bekämpfen. Wie geht das denn? Ich hatte mal einen Kollegen in einem anderen Beruf, wo ich unterwegs war, mit dem wir gemeinsam im Kundendienst unterwegs waren. Sein Auto sah wie eine Müllhalde aus. Dennoch konnte er alles finden, was er suchte. Mein Auto sah top aus. Ich ärgerte mich über sein Chaos. Er dagegen sagte, nur das Genie beherrscht das Chaos und lebte einfach fröhlich weiter. Ich stellte mir selbst die folgende Frage. Johannes, welchen Schatten verfolgst du oder bekämpfst du? Es ist doch nicht deine Aufgabe, ihn zu verändern. Dann dämmerte es mir. Ich hatte eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus meiner Vergangenheit auf ihn projiziert. Damit wollte ich mich selbst überzeugen, dass ich doch besser bin. Danach war unsere Beziehung wesentlich besser und ich musste mir in diesem Bereich nicht mehr zu beweisen. An dieser Stelle möchte ich gerne ein Zitat von Reinhard K. Sprenger weitergeben. Wer etwas bewegen will, muss zuerst sich selbst bewegen. Wer führen will, muss sich selbst führen. Und so habe ich mich entschieden, lieber Weisheit zu lernen, als Nahheit zu üben. Und so habe ich mich entschieden, lieber Weisheit zu lernen, als Nahheit zu üben.